Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Wir stellen euch heute die neue KitchenAid Espresso Maschine und die dazu passende Kaffeemühle vor. Es ist unser allererster Siebträger und damit sind wir die ideale Zielgruppe, denn diese beiden Maschinen haben ein paar clevere Details, um euch den Einstieg in die Welt des Espressos zu erleichtern. Welche das sind, verraten wir euch jetzt im Video. Mit der Siebträgermaschine könnt ihr einfachen oder doppelten Espresso, aber natürlich auch cremigen Milchschaum oder Americano zubereiten. Das Gehäuse ist aus Edelstahl und in den typischen KitchenAid Farben erhältlich. Wir haben uns hier für das dunklere Liebesapfelrot entschieden. Wir verlinken euch beide Modelle in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es die Maschine unter anderem in Edelstahloptik, in mattem Schwarz, glänzendem Schwarz oder leuchtendem Rot. Jetzt gehen wir aber direkt ins Detail und schauen uns als erstes den Lieferumfang an. Ihr bekommt alles mitgeliefert, was ihr braucht, um eure ersten Espressi zuzubereiten. Mit dabei ist zum Beispiel dieser Edelstahltemper zum Verdichten des Kaffeepulvers. Außerdem ein 58 mm Siebträger, der ist richtig schwer und robust. Er hat zwei Auslässe und einen flachen Boden. Das hat einen großen Vorteil beim Tempern. Warum, erkläre ich euch gleich. Zusätzlich bekommt ihr vier Siebeinsätze. Diese beiden hier, einer für einfachen und einer für doppelten Espresso, haben einen doppelten Boden. Alle Siebeinsätze lassen sich dann einfach in den Siebträger klicken. Und diese beiden Siebeinsätze, auch jeweils einer für einfachen und einer für doppelten Espresso, haben einen normalen Boden mit vielen kleinen Löchern. Das sind dann die Profisiebe, denn damit habt ihr noch mehr Kontrolle über die Extraktion. Hier nochmal zum Vergleich ein Sieb mit doppeltem Boden. Die haben jeweils nur eine kleine Öffnung. Das ist ideal für Einsteiger, denn durch die Bauweise bekommt ihr leichter eine gleichmäßige Crema hin. Außerdem bekommt ihr ein kleines Edelstahl-Milchkännchen. Von der Größe her ist das ideal für einen großen oder zwei kleine Cappuccino. Jetzt schauen wir uns die passende KitchenAid Kaffeemühle mal genauer an. Denn für richtig guten Espresso braucht es frisch gemahlenes, feines Kaffeepulver. Es gibt hier drei Einstellungen, die ihr variieren könnt. Ganz links der Mahlgrad, der steht aktuell auf Stufe 1. In der Mitte die Tassenanzahl und rechts die Mahldauer in Sekunden. Beim Mahlgrad gibt es ganze 70 Stufen. Auf den niedrigen Stufen wird relativ grob gemahlen. Ideal zum Beispiel für die French Press. Der Bereich um Mahlgrad Stufe 20 ist gut für einen Siphon oder die Chemex-Karaffe geeignet. Rund um Stufe 40 kommen wir dann in den feineren Bereich. Ideal für Filterkaffee. Über den Drehregler hier rechts könnt ihr jetzt die gewünschte Tassenanzahl einstellen. Dann berechnet die Mühle automatisch die passende Mahldauer. Für sechs Tassen empfiehlt die Mühle zum Beispiel eine Mahldauer von knapp 26 Sekunden. Ab Mahlgrad Stufe 55 kommen wir dann in den sehr feinen Bereich für Espresso. Hier springt die Tassenanzahl automatisch wieder auf 2, denn jetzt habt ihr nur noch die Wahl zwischen einfachem und doppeltem Espresso. Auf Mahlgrad 65 wird für einen einfachen Espresso gut 10 Sekunden gemahlen. Die Mahldauer ist auf die Größe der Siebeinsätze abgestimmt. Gerade für Einsteiger ist das eine gute Orientierung. Durch Drehen dieses Rings könnt ihr die Mahldauer aber auch noch anpassen. Zum Starten des Mahlvergangs drückt ihr dann diesen Knopf. Oben auf der Mühle ist der abnehmbare und luftdichte Bodenbehälter. Hier seht ihr das Kegelmalwerk aus Edelstahl. Und den äußeren Ring könnt ihr sogar herausnehmen. Das gefällt uns richtig gut, denn dann können wir alles regelmäßig sauber machen. Zusätzlich zu den 70 Stufen könnt ihr hier auch noch eine Feinjustierung in 8 Stufen vornehmen. Jetzt füllen wir aber erstmal den Bodenbehälter. Richtig gerne trinken wir übrigens den Chiapas von Happy Coffee. Diesmal haben wir die Variante mit 30% robuster Bohnen gewählt, denn der ist schön kräftig schokoladeig und hat wenig Säure. Wichtig ist auch, dass die Bohnen frisch geröstet sind und nicht schon seit 3 oder 4 Monaten rumliegen, bevor ihr sie kauft. Wenn wie hier das Röstdatum aufgedruckt wird, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Bei den allermeisten Bohnen sucht ihr das allerdings vergebens. Jetzt füllen wir aber erstmal den Bodenbehälter. Richtig guter Espresso aus dem Siebträger ist schon eine Kunst. Da wir noch keine Profis sind, nehmen wir jetzt das doppelwandige kleine Einsteigersieb. Mal sehen, ob wir damit eine schöne Crema hinbekommen. Laut Anleitung sind übrigens 10 bis 12 Gramm Kaffeepulver ideal. Wie man die Kaffeemühle dafür einstellt, zeigen wir euch jetzt. Hier unten versteckt sich übrigens noch eine spezielle Halterung. Die eignet sich für 54 und 58 Millimeter Siebträger und wird einfach per Magnet befestigt. Unseren 58 Millimeter Siebträger schieben wir einfach in die untere Schiene und können dann direkt ins Sieb mahlen. Wir haben Mahlgrad 65, einfacher Espresso und 9,4 Sekunden eingestellt. So werden ziemlich genau 11 Gramm Kaffeepulver gemahlen. Wie ihr seht, ist auf dieser Seite wenig Kaffeepulver und hier drüben dafür richtig viel. Damit das Kaffeepulver gleichmäßig extrahiert wird, muss es auch gleichmäßig verteilt sein. Daher klopfen wir jetzt ein paar Mal mit dem Temper seitlich an den Siebträger und streichen dann alles mit dem Finger glatt. Jetzt setzen wir den Temper so gerade wie möglich auf und verdichten das Kaffeepulver mit ca. 15 Kilogramm Druck. Das könnt ihr übrigens perfekt mit einer Körperwaage üben, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Jetzt haben wir eine gleichmäßig glatte Oberfläche. Ungefähr so sollte das bei euch dann auch aussehen. Jetzt sehen wir uns die Espressomaschine genauer an. Insgesamt ist alles sehr gut verarbeitet und wirkt rundum hochwertig. Direkt mittig sind die vier Knöpfe, über die ihr das Gerät steuern könnt. Hier auf der rechten Seite ist die Milchschaumdüse. Die könnt ihr etwas drehen und schwenken, damit ihr auch immer gut mit dem Milchkännchen rankommt. Hier vorne ist die Auffangschale mit einem Abtropfblech aus Edelstahl. Auf der Rückseite ist der Wassertank, den ihr über diesen Griff hier einfach herausheben könnt. Bevor wir die Espressomaschine einschalten, füllen wir als erstes frisches Wasser in den Tank. Nach dem Einschalten heizt sich die Maschine kurz vor. So lange blinken die beiden linken Knöpfe, danach könnt ihr direkt loslegen. Damit das ganze System richtig heiß ist, starten wir als erstes einen leeren Bezug. Hier seht ihr schön die kurze Vorbrüffunktion, mit der das Kaffeepulver vor dem Bezug befeuchtet wird. Wenige Sekunden später startet dann die Extraktion. Dabei wird der Brühkopf hier unten vorgeheizt und gereinigt, falls noch ein paar Kaffeereste dran waren. So, schauen wir uns kurz die Einstellungen an. Am Anfang ist immer erstmal Espresso eingestellt. Wenn ihr einmal drückt, aktiviert ihr den Wasserdampf. Solange es blinkt, heizt die Maschine nochmal vor. Auf dem Tropfen könnt ihr heißes Wasser beziehen, für Tee oder Americano. Hier könnt ihr jetzt einstellen, ob ihr einen einfachen oder doppelten Espresso beziehen wollt. Über diesen Knopf könnt ihr eine Entkalkung starten und ganz rechts ist der Start-Stop-Knopf. Und das war es so grob auch erstmal mit den Einstellungen. Den Siebträger setzt ihr hier ein und dreht ihn dann ganz nach rechts bis zu diesem Schloss hier. Dann ist er richtig fixiert. Hier müsst ihr mit dem Griff ansetzen und dann bis hier rüber drehen. Jetzt stellen wir eine Espressotasse unter und starten den Bezug. Die ideale Bezugsdauer liegt übrigens bei 20 bis 30 Sekunden. Wir sehen direkt, wie sich eine feine braune Crema bildet. Sehr gleichmäßig und kaum gröbere Bläschen. Geschmacklich gefällt mir das auch schon richtig gut. Hier seht ihr, wie der Kaffeepuck nach dem Bezug aussehen sollte. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist der Puck relativ trocken und glatt. Damit gibt euch die Espressomaschine sozusagen ein Feedback, ob Mahlgrad, Kaffeemenge und Druck beim Tempon gepasst haben. Beim Cappuccino kommen auf einen Teil Espresso rund zweieinhalb Teile Milch. Wir nehmen jetzt das große doppelwandige Sieb und beziehen einen Espresso mit circa 60 Milliliter. In unser Milchkännchen füllen wir 150 Milliliter Milch. Dann haben wir genau das passende Verhältnis. Die Mahldauer stellen wir auf circa 15 Sekunden und drücken auf Start. Hier seht ihr schön, dass sich beim Malen keine Klümpchen bilden. Das haben wir schon ganz anders gesehen. Da leistet die Mühle wirklich gute Arbeit. Nach dem Tempon hängen wir den Siebträger ein und fixieren ihn. Für unseren Cappuccino nehmen wir eine etwas größere Tasse und stellen auf einen doppelten Espresso. Die Maschine hat ordentlich Power, da tanzt sogar unsere Tasse. Durch den doppelwandigen Siebeinsatz gelingt sogar mir als Anfänger eine schöne Crema. Da kann ich mich dann so langsam auch mal ans Profisieb wagen. Jetzt machen wir aber erstmal den Cappuccino fertig. Dafür aktivieren wir den Wasserdampf, warten bis die Maschine vorgeheizt ist und dampfen dann kurz in eine Tasse, um das Kondenswasser zu entfernen. Jetzt nehmen wir unser Milchkännchen mit 150 Milliliter Milch und tauchen die Düse minimal unter. An dem Bläschen sehen wir, dass Luft in die Milch gesogen wird. Nach einigen Sekunden halten wir die Düse dann etwas tiefer in die Milch. Wir wollen, dass die Milch sich schön im Kreis dreht. So werden die gröberen Bläschen zum Platzen gebracht und wir erhalten richtig feinen Milchschaum. Wenn das Kännchen dann so heiß ist, dass ihr es nicht mehr anfassen könnt, nehmt ihr die Hand weg, wartet noch ein paar Sekunden und stoppt dann den Wasserdampf. Direkt im Anschluss reinigen wir ganz schnell die Düse. Dafür dampfen wir in eine Tasse und wischen die Düse mit einem feuchten Tuch ab. Jetzt schwenken wir das Milchkännchen und klopfen zwei, drei Mal leicht auf den Tisch um die größeren Bläschen zum Platzen zu bringen. Anschließend gießen wir den Milchschaum langsam in unseren Espresso. Ihr seht, dass ich noch kein Profi bin, aber für einen der ersten Versuche bin ich schon zufrieden. Und mit etwas Übung werden die Ergebnisse sicher schnell besser. Hier oben in der Mitte seht ihr den richtig feinen Microfoam. Jetzt zeigen wir euch noch, wie ihr einen Americano zubereiten könnt. Dafür wird ein Espresso mit circa der doppelten Menge heißem Wasser gestreckt. Wir beziehen jetzt zuerst 120 Milliliter heißes Wasser über die Dampfdüse. Danach benutzen wir wieder das große doppelwandige Sieb und beziehen einen doppelten Espresso mit circa 60 Millilitern. Eigentlich macht man es andersherum, aber so entsteht noch eine schöne Crema. Geschmacklich ähnelt der Americano übrigens dem klassischen Filterkaffee. Die Espresso-Maschine ist insgesamt relativ pflegeleicht. Sobald der Stift nach oben steht, müsst ihr die Abtropfschale ausleeren und natürlich den Siebeinsatz und den Siebträger leeren und abwaschen. Falls ihr Milchschaum bezogen habt, solltet ihr die Dampfdüse unbedingt reinigen. Außerdem müsst ihr die Espresso-Maschine regelmäßig entkalken. Wie oft hängt von eurer Wasserhärte ab. Diese könnt ihr am Gerät einstellen, dann erinnert euch die Maschine immer ans Entkalken. Die neue KitchenAid Espresso-Maschine ist unser allererster Siebträger. Und dank ein paar kleinen Details wird einem hier der Einstieg wirklich leicht gemacht. Zum Beispiel bekommt ihr je zwei Einsteiger und Profi-Siebeinsätze mitgeliefert. Ein hochwertiger Edelstall-Temper und ein Milchkännchen sind auch gleich im Lieferumfang. Außerdem ist durch den flachen Boden des Siebträgers das Tempon etwas leichter. Es macht definitiv Spaß mit dem Mahlgrad, der Menge an Kaffeepulver oder dem Druck beim Tempon zu experimentieren. Und mit ein wenig Übung kommen auch schnell die ersten Erfolge. Was die Qualität angeht, macht alles einen sehr robusten und hochwertigen Eindruck. Besonders der Siebträger hat ein ordentliches Gewicht und liegt gut in der Hand. Direkt beim Bezug vibriert die Maschine allerdings etwas doll. Da hat unsere kleine Espressotasse manchmal ein wenig getanzt. Richtig gut gefällt uns die 5-jährige Garantie. Das zeigt uns, dass der Hersteller selbst vom Produkt überzeugt ist und wir wissen, dass die Maschine wahrscheinlich noch deutlich länger hält. Jetzt freuen wir uns auf eure Kommentare zum neuen KitchenAid Siebträger und gönnen uns solange ein paar schöne Espressi. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den CoffeeTasters.